Wir gratulieren, wir gratulieren, zum Gratulieren gibt es immer einen Grund. Und hast du keinen, dann such dir einen, du findest ihn an jedem Tag zu jeder Stunde. Zum Gratulieren, zum Gratulieren, gehören immer zwei, das liegt auf der Hand. Da ist der eine, die gerade zu lieb wird, und von der andere hier, das ist der Gratulat. Der Gratulat 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 Der Gratulat